Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici Tages-Taro am 14. Oktober 2017 Vier der Stäbe Wir können heute mit einer Überraschung rechnen oder einer Geschenk oder einer Einladung. Wir verspüren die Lebensfreude, die Leidigkeit, aber auch Offenheit. Es kann auch ein Familienfest sein oder eine Einladung zu einem Familienfest, was noch später kommt. Es kann auch sein heute, dass wir in einem Ort sind, wo Musik ist und Tanz und Fröhlichkeit. Das würde auch bedeuten, dass wir jemanden kennenlernen. Das könnte auch ein Neuanfang bedeuten in die Liebe. Diese Taro-Energie ist natürlich allgemein. Möchten Sie gerne wissen, in welchem Energiefeld Sie gerade befinden und was kommt dann? Können Sie gerne die Blitzberatung buchen. Was ist eine Blitzberatung? Das funktioniert schriftlich. Sie schreiben mir ein E-Mail. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung-at-denderasusannamedici.com Sie können Ihre Frage stellen. Und mein Honorar beträgt pro Frage 10 Euro. Und ich werde diese E-Mails natürlich auch blitzschnell beantworten. Und ein guter Rat ist immer Gold wert. Mit diesen Worten verabschiede ich mich. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Ich bedanke mich für das Zuschauen.